Hallo und willkommen zurück zu Material Energy Hypercubed mit Das Flip Folge 26. Ihr seht, ich habe es mir hier ein bisschen eingerichtet. Das hier ist meine Kammer mit den elektrisch betriebenen Erde da und diesem Zeug aus der Mod eben. Und ich habe mir gedacht, ich baue mir hier einen Schreibtisch mit einem Stuhl. Habe da auch mein Questbook verstaut. Das Ganze ist Teil der Bibliocraft Mod. Und wenn es schon drin ist, dachte ich mir, dann tut man es doch einfach. Oakwood kann ich mittlerweile ganz einfach bekommen, habe ich herausgefunden. Das kann man sich nämlich syntagisieren über Zellulose. Also tatsächlich kinderleicht. Ich habe auch noch andere Vorarbeiten geleistet, außer dieses Zimmer hier auszubauen. Das war ja vorher so ein offenes Loch. Das hier wächst übrigens nicht. Ich weiß nicht warum, das muss ich noch herausfinden. Ähm, andere Vorarbeiten. Es gibt gute Nachrichten, was die Tiere angeht. Ich habe jetzt nämlich normale Schafe und normale Kühe und demnächst auch normale Hühner. Denn auf einmal, wie ich es mir dann erwartet hatte, kamen bei der Zucht nicht mehr die wilden Versionen raus, sondern plötzlich war eines der Kälber eine normale Kuh. Und ebenso war es auch bei den Schafen. Das heißt, ich kann jetzt anständig Leder bekommen und diese Schafe auch scheren. Das wird mir bei den Quests in dieser ersten Questline hier helfen, bei Lost in Space. Hier bei diesem Domestication, wo man 20 von diesen ganzen Dingern braucht. Außerdem habe ich einen Teil, ähm, nein, habe ich die Tiere, die ich nicht mehr haben wollte, die älteren Generationen, hier in die Smeltery geschmissen. Dadurch habe ich Blood bekommen. Und dieses Zeug, ähm, kann ich dann verwenden, um eine Quest irgendwann abzuschließen. Auch hier bei Lost in Time. Und zwar brauchen wir hier drüben dieses Poké Phenium. Das ist ein Metall, für das man unter anderem Blut braucht. Ähm, ich werde mal sehen, wie lange ich brauche, bis ich das machen kann. Das mache ich dann mal offscreen und sage euch Bescheid. Ich habe noch ein paar andere Quests erledigt, zum Beispiel hier dieses Manualin, äh, wo man einfach Manualin abgeben sollte. E-Nullerscheid war noch nicht eingelöst. Ähm, ich habe hier unten diese Farming Station gebaut. Das war alles nicht weiter schwierig und nicht weiter sehenswert und dachte ich mir, mache ich das einfach offscreen. Ich habe bei Chemistry, äh, ein paar Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel diesen Lata-Sapling zusammengesetzt. Jetzt gibt es hier diesen Newtis-Sapling, die, ähm, sammeln... Wenn man die erntet, bekommt man irgendwelche Metalle teilweise oder so. Ich muss das noch genau rausfinden. Das Ding hier, äh, strahlt und glüht irgendwie. Also, ich habe Angst. Wir werden sehen. Dieses Poly-Tool soll ich auch basteln. Äh, viel Spaß dabei. Ist aus, äh, irren Mengen. Äh, übrigens, ich fange hier jetzt nicht mehr, nicht wie das große Craften an. In der Folge bleibt dran. Wir holen uns dann die nächste Spatial Chamber. Hier, ich brauche von diesen Carbon-Nanotubes, äh, vier Stacks und, äh, die, jedes dieser Nanotubes macht man aus fünf Stacks Kohlenstoff oder man zerlegt Diamanten. Auf beiden Wegen dauert das ziemlich lange, aber ich mache das irgendwann offscreen, das ist kein Ding. So, Sache ist die, ich habe ja in den letzten, ähm, Folgen sehr viel gecraftet und versucht, diese Quest-Line hier, ähm, fertig zu bringen, die erste. Nur, ähm, es sind insgesamt 93 und bei mir sieht man nur 84 und 74 davon habe ich gemacht. Also, es dauert alles noch, zumal, also, solche Sachen wie diese Quest hier sind unglaublich langwierig und mit diesen ganzen, äh, Seeds, die ich da noch züchten muss, damit muss ich mich erst noch, äh, näher befassen. Das mache ich alles noch, aber, äh, nicht alles auf einmal und alles den Rest. Bake to Win und Chemistry werde ich wohl auch viel offscreen machen, das sind so grindige Sachen, wo man halt Sachen sammeln muss. Man kann hier auch, ähm, Wither töten oder irgendwelche Viecher töten und dann bekommt man daraus so Compressed Cookies. Ich denke, ich werde mal eine Maschine bauen, die Cookies automatisch alle Zutaten erntet und dann die Cookies herstellt. Habe sowas bei Direwolf gesehen. Es gibt ja hier diesen, ups, den Steve's Factory Manager. Äh, das ist dieses verrückte Ding, das eigentlich alles machen kann, aber man muss es ziemlich aufwendig programmieren und das muss man echt erst den Dreh dafür raushaben. Das ist nicht ganz so kompliziert wie Computer Craft, falls ihr das von anderen Modpacks kennt, wofür man erstmal die Programmiersprache Lua beherrschen muss, dass man damit was wirklich anfangen kann. So kompliziert ist es nicht, aber fast. Dafür kann es halt auch fast so viel wie Computer Craft. Aber, genug davon geredet. Wir, äh, stürzen uns heute wieder ins Sterben. Also kämpfen, wahrscheinlich ins Sterben. Äh, ich weiß schon ungefähr, wohin die Reise geht. Ähm, die nächste Questline, Lost in Time, die war lange gesperrt. Denn wir hatten, äh, ja nur Lost in Space für den Anfang. Und das ist quasi der Nachfolger, wenn man mit Lost in Space fast fertig ist. Und Lost in Time, ich sag's euch, wird uns ziemlich hart rannehmen. Mami. Ich zeig euch mal, womit es hier anfängt. Space-Time-Manipulation. Also, ähm, Raum-Zeit-Manipulation. Der System-Kern ist... Hm, Moment. Naja, wie auch immer, wir müssen weitermachen, um diesen Space-Kern da, äh, fertig zu machen. Dafür brauchen wir dieses Thermal Expansion Augment Space Time Flux Unifier. Klingt mal als kompliziert, war es aber tatsächlich gar nicht. Dementsprechend kann ich das abschließen. Bekomme einen Green Heart Canister und Reflection of Space. Unsere erste neue... Äh, Spatial... Wie hab ich's immer genannt? Naja, ihr wisst schon. Eins von diesen Dingern halt. Oben ist Vanilla Mining aktiv, weil ich Diamanten gebraucht hab. Jetzt ist es nicht mehr aktiv. Ich nehm's raus. Schmeiß Reflection of Space rein. Vanilla Mining kommt hier rein. Ich lad die hoch. Und dann stürzen wir uns jetzt in die rein. Ähm, kurze Seitennotiz noch. Ähm, ich hab mich ja gewundert, was diese Imbuing Station ist, nicht wahr? Die wir so teuer gecraftet haben. Äh, hat sich rausgestellt, man kann mit diesem Ding, der Random Things Mod. Äh, diese Imbues, die man damit herstellen kann, sind so eine Art Potions. Ähm, die nimmt man und dann bekommt diese schädlichen Effekte ein Gegner ab, wenn man ihn schlägt. Das ist tatsächlich ziemlich praktisch, wirkt aber immer nur 10 Sekunden. Und hiermit kann man das zusammenbrauen, indem man 4 Zutaten reinlegt und dann kommt hier was raus. Es sind oft ziemlich teure Zutaten, aber ne. Okay. Missing Texture. Ähm. Ist Absicht, gehe ich davon aus. Error. Denn wir werden sehen, wir kommen hier jetzt in einen Bereich, in dem irgendwas nicht stimmt. Ähm, das hier unten kommt uns allen bekannt vor. Der Reflection Pool. Und stellt sich die Frage, was ist jetzt das hier? Offenbar. Ein verfälschter. Reflection Pool. Und genau das werden wir sehen. Wir werden einige Spatial Chambers bekommen, die wir eigentlich schon kennen, sozusagen. Die aber hier jenseits von Zeit und Raum praktisch corrupted sind. Also korrumpiert irgendwie. Also irgendwas ist da vollkommen durcheinander geraten und wir müssen da rein. und alles steckt voller Mobs und alles ist irgendwie lilafarben und alles will uns töten. Ja, wir sehen uns das Ganze gleich trotzdem aus der Nähe an, sobald ich mich darunter gebuddelt habe mit dieser Pickaxe. Okay, das ist auch irgendwie spannend. Und das Ganze hier unten steht nicht unter Wasser, wie ich erst dachte, sondern hier ist ein eine Schicht Wasser und darunter dann Glas und hier können wir runterschwimmen. Und dann sind wir tatsächlich in einem Klon des Reflection Pools und schon kommen die ersten Gegner auf uns zu. Wofür Nahkampf, wenn man auch Fernkampfwaffen hat. Ich liebe diesen Bogen. Ich muss nur den Magneten ausschalten, damit ich den anständig verwenden kann. So. Ich habe übrigens offscreen auch die Waffen aufgerüstet. Der Bogen hat jetzt zusätzliches Haste drauf, weil ich Redstone draufgepackt habe. Als Modifier. Auf die Pfeile habe ich Sharpness, das heißt, die richten auch noch mehr Schaden an. Obwohl die eh schon One Hits für das meiste hätten sein sollen. Aber wir bekommen noch härtere Gegner. Oje. Und wir sehen hier oben, ist alles voller Creeper. Und ich glaube, wir müssen an die Kiste da oben ran. Ich habe für solche Fälle erst mal ein zusätzliches Herz bekommen. Und dann Enderperlen. Das heißt, ich gehe gar nicht erst ein großes Risiko ein. Ich spring da. Was? Hatte ich die nicht schon anders hingelegt? Komisch. Ich spring da hin. Sehe hier rein. Nehme das mit. Wo bin ich hergekommen? Wo ist das Wasser? Hier. Ich sammle den Loot ein und dann mache ich mich ganz fix wieder vom Acker. Jawohl. So läuft das. Was da oben drin ist, da will ich auch noch ran. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das ohnehin tun muss, früher oder später. Spider's have to die. Must die. Zack. Zack. Der Bogen ist ziemlich awesome. Und wenn ich den noch ein bisschen abgegradet bekomme, wird der nämlich auch mit der Zuggeschwindigkeit, also der Dauer, bis der Pfeilabschluss bereit ist, sehr viel schneller. Hier muss ich wohl noch ein bisschen höher zielen. Hä? Ah, okay. Na, die mit Lederrüstung ist auch One-Shot. Das ist schon mal gut. Und dann werde ich mich jetzt gleich da hoch teleportieren. Oh. Die Manual and Arrows haben noch ein bisschen Scharpnis dazu bekommen. Das ist natürlich super. Ich werde mal sehen, ob ich nicht hier direkt hepp. Jawohl. Ah. Nein. Oh Gott. Das ist nicht so gut gegangen, wie ich mir das erhofft hatte. Oh. Der hat mir gerade noch gefehlt. Schande. Oh Mann. Ich hätte ein Schild nehmen sollen. Ja. Das hätte vielleicht besser geholfen. Ich hole mein Zeug wieder und bin dann gleich wieder da. Und nicht verwirrt sein. Das ist natürlich der alte Reflection Pool und wir sind ja nicht mehr in der Spatial Chamber, ne? Bis gleich. So, nachdem ich diese Sache überstanden und mein Zeug wiedergeholt habe, dachte ich mir, machen wir das auch zur Abwechslung, weil was angenehm ist. Ich habe ja noch einiges an Reward Bags übrig. Nämlich ganze 6 Greater Reward Bags und 2 Good Reward Bags. Die habe ich nämlich aus den Quests, die ich offscreen abgeschlossen habe. Fangen wir mit den guten an. 30 Clay. Gute Sache. Daran hat es mir tatsächlich gemangelt. zwischenzeitlich mal. Ein Slime Broad Sword. Das Ding habe ich schon und das war nicht besonders gut. Reward Bags Greater. 6 Stück. Nochmal Generic Beast Battle Eggs. Die eine habe ich schon im Inventar voll aufgeladen. Nämlich die hier. Oh, Gears. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Generatoren aller Art. Und zwar schon die erweiterten. Es ist ja so, man kann diese Extra Utility Generatoren so in so einen Crafting Grid mehrere auf einmal reinlegen und dann werden die, kommen die zu einer höheren Stufe. Das ist die Tier 2 sozusagen. Es gibt 3. Aber ich habe keine Energieprobleme. Entsprechend ist das nicht wirklich, brauche ich das nicht wirklich. Haben wir hier irgendwo. Ich packe das mal zu dem anderen Zeug hier rein. Weil das hier alles einen neuen Stack braucht. Und dann würde das im AI System entsprechend viel Platz brauchen. Muss ja nicht sein. Randnotiz. Ich bin noch etwas verschnupft. Also wenn das so klingt, sorry. Ich habe extra gewartet, bis der Schlimmste vorbei ist, weil ich eigentlich auch nicht schlecht klingen will in der Aufnahme. Aber mehr konnte ich nicht machen. Invar Battle Ranch und ein paar Invar Werkzeuge und Invar Iron Gear sogar nur. Na, okay. Nehme ich auch. Pre-Leads Penance. Hm, okay. Das ist eine Sichel mit Fiery drauf. Na ja. Flask of Fire. Das sind, glaube ich, Imbius. Flask of Fire und Flask of Experience und Flask of Poison. Genau. Das ist ja cool. Gerade, wo ich davon gesprochen hatte. Die packe ich hier rein. und wenn man zum Beispiel die Flask of Fire nimmt, ja genau, das ist von Random Things, das sind schon die, wenn man eine Flask of Fire zum Beispiel nimmt, dann wirkt die 5 Minuten und in diesen 5 Minuten wird jeder Gegner in Brand gesteckt, den man schlägt. aber halt nur, glaube ich, für 10 Sekunden dann. Und Experience, dieses Experience, den verdoppelt, glaube ich, die XP, die man bekommt für diese Zeit oder erhöht sie zumindest in irgendeiner Weise. Das ist die, die Lerwa. Clay kommt weg, Dustin kommt weg. Okay. Und dann kann ich ja auch noch die Quest einlösen. Die hier, Void Nexus. Ah, dieser Ort sieht bei mir, kommt mir irgendwie bekannt aus. Aber die Wände und der Boden sind aus etwas Fremdartigem gemacht. Ich habe das Gefühl, dass mich irgendetwas beobachtet. Wenn ich eine komprimierte Quelle in diesem Void finde, kann ich sie im Systemkern analysieren und ich sollte eine stabile Connection zu dieser Dimension bekommen. Void Nexus. Und dadurch bekomme ich jetzt eine Inclusion Chamber Hypercubed. Und das werden wir durch die Bank alles mitbekommen. Wir bekommen jede Kammer nochmal, aber in der Hypercubed-Version. Also quasi als Hardcore. Wir werden so schöne Sachen sehen, wie Böden aus Cursed Earth und lauter solche schönen Geschichten. Das wird uns noch übel mitspielen, aber da muss ich durch. Hilft alles nichts. Gehört dazu. Jetzt, was ist mit diesem Void Nexus? Was kann man damit bauen? Voiding Drop Filter. Aha. Und der hat dann irgendeine Funktion. Das muss ich noch recherchieren. Vorerst... Nein, ich lasse ihn im Inventar, damit ich dann denke, dass ich daraus mal was mache. Dieses Tinkersting packe ich hier rein. Okay. Und diese Quest Reward oder Quest Erfordernis von vorher packe ich noch weg. Dieses Augment. Das brauche ich nämlich glaube ich nicht unbedingt. Okidoki. Dann werde ich noch mal versuchen an mein Zeug ranzukommen beziehungsweise an diese Kiste und mir ist gerade eine Idee gekommen, wie man das unverschämt einfach machen kann und ich bin eigentlich ein ziemlicher Dussel, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich kann mich ja da oben durchs Glas schlagen und bin dann direkt über dieser Kiste. Man kann es sich auch unnötig schwer machen. Nicht wahr? Ja. Gucken wir doch direkt, was in dieser Kiste drin ist. Kann es sein, dass die so weit oben ist, dass nicht mal Wasser rauslaufen wird? Allen Ernstes. M.I. Cubed. Material Energy Cubed. Also hoch zwei. Was soll das wohl heißen? Kompass, Glock und ein Greater Reward Bag. Ich bin neugierig. Die sind teilweise ganz gut. Killer 2-4-1-O's äh O-1's Head und ein Adventurous Sword, das mal wieder Incorrect Data hat. O-1 aus O-Rexis, also ein relativ starkes Material. O-1 mei. Sonst glaube ich nichts Besonderes. Sonst ist hier nichts drin. Dann packe ich das Glas wieder drauf. O-1 Was zur Hölle, Junge? Wie kann es sein, dass du im Wasser spawnst? Ach, ihr kommt von der Treppe, weil ich dussel zu dumm war, die Treppe auszuleuchten. Äh, ja. Das war natürlich nicht besonders clever von mir. Aber dann muss ich halt hinter mir aufräumen. Du, Skelett, stirb. Und Inspektor würde ich auch gern bekommen, aber da habe ich wahrscheinlich keine Chance. Aber ich brauche aktuell kein Ektoplasma. Na, da oben warten sie schon. Sehnsüchtig auf mich. Ich habe Lack auf meinen Bogen bekommen. Das bringt nicht viel. Ich müsste, glaube ich, Lack eher auf den Pfeilen haben. Das ist halt so eine Sache. Ähm. Andererseits, ich glaube, ich leuchte hier jetzt gar nicht mehr aus, denn das ist das letzte Mal, dass ich hier rausgehe. Ich habe alles angesammelt, was es da gibt. Und naja, was soll ich dann noch da unten, wenn da eh nur Gegner sind? Wow. Ich liebe den Bogen mit diesen Pfeilen. Der zerlegt alles. Wunderschön. XP loswerden. Alles klar. Und dann will ich jetzt sehen, was in diesem Buch steht. Spatial Corruptions found. Scanning for error states reverted. Please realign spatial sectors. Parsing all recursions. Material energy loaded scanning. Aha. Okay, also wieder so eine Reihe von Fehlermeldungen. Ich werde also weitermachen und die wollen suchen. Die sind nämlich in diesen Spatial Chambers, die jetzt kommen, nämlich genauso drin, wie man das von den alten Kammern her noch kennt. Moment. Ja. Dann wollen wir doch gleich die nächste Kammer laden. Mensch, ist heute was los. Jetzt muss ich aufpassen, wenn ich hier reinkomme, lande ich nämlich, glaube ich, da drinnen. Das ist nämlich jetzt nur durch Wasser bedeckt. Entladen. Rausnehmen. Inclusion Chamber Hypercubed reinlegen. Und die verpacken wir hierher. Lade ich sie direkt? Ja. Ich habe ja diese Stacheln da vorne dran. Dann kommt alles zu Tode, was sich hier zu nah her traut. Komm doch her, Skeleton. Sei so doof. Und dann kann ich da Löcher ins Glas schlagen und mit dem Bogen reinschießen. Also das passt dann schon. Ich würde gern aber noch ein bisschen zeuglos werden. zum Beispiel sowas hier. Und dann könnten wir eigentlich kurz zum Mobspawner hochschauen. Was da der aktuelle Stand ist. Diesen Spielerkopf. Habe ich den schon? Das ist Slowpoke. War das der hier? Hm. Das war bestimmt der hier. Warum hast du einen normalen Steve-Scan? Das ist doch echt langweilig. Killer irgendwas. Hier ist meine meine Batterie leer gegangen. Ich wechsle die mal ganz kurz aus. Warte, hopp. Einmal. Vielleicht sollte ich auch mal eine größere basteln. Aber bei Gelegenheit. Damit habe ich es gerade noch nicht eilig. Dann packen wir die hier hin. Die muss nach rechts, hinten und oben abgeben. Äh, unten und oben abgeben. Das tut sie. Passt. Damit läuft das Ding wieder. Wir haben glaube ich mittlerweile aberwitzig viel von diesem Compressed Cobblestone. Aber wir brauchen auch mal noch so verrückte Sachen wie Octable Compressed Cobblestone. Irgendwas schwirrt mir da im Kopf rum. Und dann glaube ich, kann ich da ruhig einiges davon brauchen. So, wollen wir da schon einen Blick reinwerfen? Ach, warum nicht? Machen wir einfach. Ich habe euch so lange mit Craften gelangweilt. Jetzt darf wieder mal ein bisschen Action sein. So. Skeletons. Die. Seltsam. Manchmal schießt dieser Bogen doch noch so ein bisschen Schepps. Ich weiß nicht, was da los ist. Das Lustige ist, die zielen jetzt immer auf die Villager, die ich hier habe. Und dann stehen sie halt hier an der Wand und sind nicht gegen mich aggro. Die gehen einfach nur mit einem Affenzahn auf die Villager los. Von wegen. Ja, äh, Vorführeffekt und so, ne? Mann, Mann, Mann. Ah, Spawner. Das sind, das sind die ersten Fallen Knights, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Aber, ich habe werfbare Lichtquellen und die werde ich dafür benutzen. Ähm, die Fallen Knights werden wir sicher trotzdem mal näher kennenlernen. Und mit näher meine ich ganz wörtlich aus näherer Distanz. Ähm, der Macher der Mod Ender.io, von denen diese beiden, ähm, die Sagmill zum Beispiel ist, äh, hat sich nicht damit begnügt, diese eine Mod zu machen, sondern hat noch, äh, Ender Zoo gebastelt. Und Ender Zoo, das ist übrigens auch im aktuellen Diary Wolf 20 Pack, ähm, enthält ein paar stärkere Mobs, die praktisch dafür gedacht sind, ähm, eine Herausforderung zu haben, wenn man Modded Minecraft spielt, denn irgendwann One-Shot man halt Zombies und Skeletons und das ganze Zeug und dann wird es halt irgendwann langweilig. Und dafür sind die Viecher da und die sind dermaßen nervig, ich sag's euch. Gut. Glowstone drauf, das heißt, diese Spawner sollten deaktiviert sein. Hui. Ja, eindeutig Fallen Knights. Also das sind so Kettenhemd-tragende Zombies, die unglaublich viel Schaden machen und auch unverschämt viel einstecken. Eieieiei, jaja, wir haben Cursed Earth hier. Man sieht's, habt ihr gesehen, wie schnell diese Mobs alle waren? Nicht nur die Zombies da draußen, sondern auch da drinnen. Das ist ein Fallen Knight. Ihr seht, der Skin von dem Zombie ist ein bisschen anders. Der hat sogar eine volle Eisenrüstung und ein Schwert in der Hand. Komischerweise trotzdem ein Köcher auf dem Rücken, was irgendwie sinnlos erscheint. Ich muss den Torch-Track hier unbedingt anwenden, denn das da draußen ist alles Cursed Earth. Die können eigentlich bis hier spawnen und ich muss dann wirklich ausleuchten. Denn wenn diese diese Fallen Knights mal hinter einem spawnen, dann ja, ist man eigentlich geliefert und ich habe auch überhaupt keine Lust, die hier stehen zu lassen. Warum sollte ich auch? Ich werde noch genug von denen töten bei Gelegenheit. Da muss ich die nicht aufheben. Ach, und hier haben wir doch noch die Treppe nach, äh, die Leiter nach unten, wie man die in der alten Kammer auch hatte. Und wir haben hier drüben außerdem, oh, da kommt die also her, ha? Ihr seht, ich one-shotte die auch nicht. Ich two-shotte die auch nicht. Ich brauche drei Schläge mit Pahimars OP-Pen, um die klein zu kriegen. Die sind also, äh, ja, übel ist eigentlich noch eine Untertreibung. Ja, tu du das mal ruhig. Und die sind halt auch alle hier, äh, auf Cursed Earth, also OP. Oh Gott. Und wenn halt so ein seht ihr, wie viel Damage der macht. Und wenn diese Viecher dann halt auch noch auf Cursed Earth sind hier, dann könnt ihr euch denken, dass die ganze Geschichte hier noch richtig, richtig hässlich wird. Und ich ziehe mich erst mal zurück, weil ich richtig Schaden gefressen habe gerade. Äh, ich sehe mal zu, dass ich mich ein bisschen erhole und bin dann wieder da. So, ich bin soweit wieder okay. Mit ein paar mehr Fallen Knights kann ich eine Quest absolvieren. Ich muss nämlich ein paar von denen umlegen. Das versuchen wir doch mal. Die sind uns da ja immer von ganz alleine entgegenkommen. Also stelle ich mich jetzt einfach mal hin, passe die ab und haue sie tot. Das ist zumindest der Plan. Damn you Cursed Earth. Nichts mehr los mit Creeper One-Shotten. Na ihr? Du kannst daheim bleiben, ich will die Fallen Knights. Der wendet sich gegen seine Kumpanen. Soll mir nur recht sein. Finde ich praktisch. Wo sind noch mehr davon? Anscheinend ist hier kein Spawner dieser miesen Biest da drin. Aber da sind noch einige davon und Glowstone löscht mich nicht. Das ist die Erkenntnis daraus. Oh ja, da sind sie alle. Ich riskiere es und versuche die mit dem Bogen zu zerlegen. Scheint einigermaßen zu klappen. Also es gibt fernkämpfende Fallen Knights und Nahkämpfer. Fernkämpfer haben eben nur in Anführungsstrichen Kettenrüstung, während die Nahkämpfer halt eine Kompletteisenrüstung haben. Ich versuche die gerade so zu bekämpfen, dass du Skeletin abschießt, statt mich. Es hat beides abgeschossen. Jetzt werde ich versuchen hier naja, das hat ja großartig funktioniert. Ich will das irgendwie so wegbauen, dass die nicht mehr ohne weiteres da raus können und die zerlegen mich gerade übel. Rennen! Hilfe! Woo! Wow! Mit denen ist echt nicht kurz gerschen essen, das sage ich euch. Hui! Aber das sollten genug gewesen sein für... Oh! Ah, einen noch. Ähm, das war jetzt eigentlich ungeschickt. Der hat auch ein Schwert können. Die beides... Hey, du, dich ein, du würdest mir erreichen. Jetzt. Jetzt sollte ich diese Quest absolvieren können. Magische Gegenstände nehme ich gerne. Die kann ich benutzen, um Magical Wood zu craften irgendwann. Okay. Also, die haben mal eben verzaubertes Gear dabei. Entsprechend stark sind die natürlich. Gut. Damit kann ich diese Quest abschließen, die wir da gerade hatten. Fallen Knights. Und wir bekommen das Godlike Sword. Das ist wohl eigentlich ziemlich stark und verdient seinen Namen wohl. Wo ist das denn? Hier. Ähm, hat also bei Default schon 8 Attack Damage und Skill Level Godlike. Also, Feuer ist drauf, Luck, Sharpness. Wups, jede Menge Zeug. Und ich habe noch 4 Modifier, die ich da drauflegen kann. Wie viele habe ich zum Vergleich bei dem Ding? Hm. Gar keine, wie es aussieht. Das heißt, ich lasse mal dieses Ding hier weg, denn ich brauche kein Ectoplasma aktuell. Ich nehme das Godlike Sword zusätzlich in mein Inventar auf. Das erscheint mir doch ganz vernünftig. Gut. Dann haben wir noch eine andere Quest, die ich gerne absolvieren würde, nämlich Darksteel. Darksteel ist eine Legierung von Ender.io, die man basteln kann, indem man hier Pulverized Coal, Iron Ingots und dann noch Obsidian reinlegt. Das habe ich schon gemacht. Hier sind 9 Stück davon und 5 brauchen wir für die Quest. Zack, absolviert. Wir bekommen 60 Darksteel Balls und ein Reward Bag. Wir bekommen einen Darksteel Ball und einen Reward Bag. Und diese Darksteel Balls kann man hier reinlegen als Sackmill Grinding Balls. Also die helfen dann das Zeug zu zerkleinern und während der so ein Flint nur hat 120, 125 und 15 und der hier hat halt 150, 230 also ist entsprechend sehr viel besser und ich denke der hält auch länger durch und wird nicht so schnell aufgebraucht und nachdem ich den Flint auch für was anderes brauchen kann, lege ich den dann einfach hier rein. Gut. Boah, ich dachte gerade schon das MI-System ist voll. Wir haben noch einen Greater Reward Bag und einen Good Reward Bag. Die machen wir noch auf und dann ist diese Folge auch rum. Ah, lehopp. Ich habe das Ding hier schließlich nicht umsonst gebastelt. So. Zwei Trashcans, Liquid Retrieval Nodes und Energy Transfer Note. Gut, schöne technische Sachen brauche ich aber aktuell gerade nicht. Schauen wir in den Greater Reward Bag, da sollte ja eigentlich das bessere Zeug drin sein. 64 Slimey Saplings. Das heißt unterm Strich Slime ohne Grenzen. Das ist richtig gut, ich weiß nicht, ob ich da schon welche hatte. Okay, wunderbar. Gut, wir haben in dieser Folge die neuen Spatial Units aufgemacht und uns darin umgesehen. Wir haben gemerkt, das wird übel und nicht so ein bisschen übel, sondern richtig übel, denn das war erst der Anfang. Diese Fallen Knights werden uns noch überrennen und ich werde definitiv sehen müssen, wie ich da noch bessere Sachen bekomme. Lifestyle und solche Sachen wären schön, dass ich wirklich Energie bekomme, wenn ich die verdresche, denn Schaden machen mir die jede Menge. Wir werden sehen. Erstmal sage ich danke, dass ihr da wart, dass ihr diese Folge gesehen habt. Schaut das nächste Mal auch wieder rein. Macht's gut und bye bye. Bye.